hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel forge of empires ich werde es mal starten vollbild rein ton ist glaube ich an oder ton ist an jawohl stadt was vollbild ich habe damit gestern schon angefangen das spiel mal wieder über ist zwei stunden habe gestern aber nicht gewonnen leider und was bedeutet das stern hier war einer bei mir in der base gewesen wie ging das das war auch hier immer oder es gibt bestimmt deshalb einer bestimmten zeit ja und ich werde heute die kampagne vorführt kampagne fortführen vorführen fortführen konstruktionen erforschen wird gemacht ich hoffe ich kriege damit die zehn minuten voll war immer so schnell vorbei einsamen ok wir müssen was einen anderen sektor vor du hast und eroberten das ganze habe ich ja schon mal gemacht auch in einem anderen video aber irgendwie ist jedes mal mein account weg belohnung punkte zeit angriff oder ich kaufe es wenn ich zwei töpfe habe ane trauben traubengüter sind das wein egal wir greifen an aber da rein aber da rein und der kommt da rein k k k k k Neige Sekunde. Neige Sekunde. Ja, umgreifst du den an. Super. Mein Gebiet. Einsammeln. Okay, haben wir das eingesammelt. Einen Speer rekrutieren. Das wird sofort gemacht. Da haben wir ja hier unsere Speerkaserne. Wo waren die? Hier. Das ist die. Produzieren. Das dauert ein paar Sekunden. Schau mal, die nächsten zwei freigeschaltet, wenn ich wieder einen Speer produzieren möchte. Da ist er. 300 Gold. Und jetzt nur die andere Hälfte angreifen. In der Bronzezeit gibt es die Farbe. Ich bin leider noch nicht so weit mit der Farbe. Deswegen muss ich euch leider zerstören. Überlegen, wo kann ich mich gut verstecken? Da. Da. Den nach ganz hinten. Der hat keine Lebensenergie. Und den kommt da hin. Den? Der kommt da hin. Schade. Geh nicht. Man kann es nur nicht wechseln. Oh. Der kommt voller Energie. der kann raus und der wird jetzt eingekesselt super wir haben Dunasund erobert die bevölkerung begeistert machen ok das probieren wir gleich mal aus um die bevölkerung zu begeistern brauchen wir Dekoration in der stadt Dekoration haben wir beim bau da ist ja das würde auch gehen das würde auch gehen das begeistert auch um 182 jetzt sind wir die Kelten das dauert aber 10 Minuten ach du meine scheiße soll ich 20 Münzen bezahlen äh Münzen 20 Diamanten ach komm begeistert und eine Trophäe das war Töpfer dann war das hier der genau 5 Minuten hallo ach macht er schon gut jetzt müssen wir auf 5 Minuten warten ach je ne es kostet 6 komm mach mal auch ok 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 erforschung technologie ja eine technologie würde ich die hier nehmen weil hier ist ein Bonus dabei ah das kann ich nicht machen da fehlt mir einer so ein Mist was war das andere eine Flasche produzieren produzieren geht ja ganz leicht zack produziert fertig nein ok die muss fertig produziert werden und also sind wir jetzt dabei bei der Nebenquest dann müssen wir jetzt die hier noch machen ich würde ja gerne die eine Forschung holen dann gehe ich hier so auf Krieg ich gehe lieber auf Werkzeuge ich habe noch 5 Forge Punkte heißen die glaube ich hier war das Forge Punkte ja 450 kostet einer mittlerweile meine Güte ja was machen wir ich gehe hier rauf das bleibt dann hier sowieso stehen obwohl ne warte mal ich gehe lieber da drauf Schleuder eu neues Haus ich möchte das nehmen aber es geht noch nicht schade Steinzeit haben wir ja abgeschlossen ich bin jetzt in der Bronzezeit ich habe noch nie weiter gespielt wie die Bronzezeit ich war noch nie in der Echtzeit äh Eisenzeit wo ich am weitesten war war glaube ich hier der Pfad gewesen weiter bin ich gekommen ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher ich bin mir nicht mehr es geht komm mal nehmen die hier so bang fertig Ist das nicht eine Technologie? Forschung? Hm. Dann habe ich die aufgewöhnlich richtig verstanden. Eine beliebige Technologie erforschen. Ich bin gerade der Meinung, ich habe doch jetzt das erforscht. Da ist nur noch nicht grün hinterlegt. Warum nicht? Warum ist es nicht grün hinterlegt? Hm, ich verstehe es nicht. Also wenn ihr so weit kommt, braucht ihr das erstmal nicht zu erforschen, denke ich mal. Eine Steinschleuder ist keine Technologie. Das wäre wahrscheinlich dann hier das Haus. Oder das hier. Kultivierung. Dann wird das bestimmt auch keine Technologie sein. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt kann ich schon aber nichts mehr machen. Deswegen, ich schaue mal, wie weit wir sind. Haben wir schon die Quest fertig oder nicht? Ja, die Quest ist fertig. Gut, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Nicht-Solid dabei seid. Und übrigens, mein, äh, mein Gewinnspiel, was ich habe, hat sich immer noch kein drauf gemeldet. Ihr habt noch bis Montag Chance, das Headset zu gewinnen. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Nicht-Solid dabei seid. Bis dann, viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.